Das sind die 10 besten Low-Carb-Lebensmittel. 1. Avocado Die grüne Superfrucht ist reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen und den Vitaminen A und E. In 100 Gramm Avocado stecken 8 Gramm Kohlenhydrate. 2. Eier Sie pumpen mit einem hohen Proteingehalt und wenig Kohlenhydraten. Ein mittelgroßes Ei kommt auf nur 1 Gramm Kohlenhydrate. 3. Mandeln Mandeln gelten als sehr kohlenhydratarm. Vor allem Mandelmehl eignet sich gut für Low-Carb-Gebäcke. 4. Lachs Lachs enthält kein einziges Gramm Kohlenhydrate. Dafür ist er reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. 5. Käse Je nach Sorte hat Käse sehr wenig Kohlenhydrate. Dazu zählen beispielsweise Gouda, Edama und Schafskäse. 6. Pilze Wenig Kohlenhydrate, dafür viel Eiweiß. Pilze sind außerdem kalorienarm, weshalb sie sich super zum Abnehmen eignen. 7. Joghurt Joghurt steckt voller probiotischer Bakterien und enthält auf 100 Gramm nur 4 Gramm Kohlenhydrate. 8. Rindfleisch Hier sucht man Kohlenhydrate vergeblich. Stattdessen steckt Rindfleisch voller Eisen und B-Vitamine. 9. Brokkoli Das Kreuzblütler-Gemüse ist reich an Vitamin C und K. Auf 100 Gramm Brokkoli kommen 2 Gramm Kohlenhydrate. Und 10. Beeren Mit rund 6 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm gelten Brombeeren als kohlenhydratarme Spitzenreiter unter den kleinen Früchten.